Bist du da? Ja, Mr. Feeswidget. Hör zu! Ich habe neue Informatierungen, was den Verbleib unseres Experiments anbetrifft. Der schändigliche Dieb wurde auf Megacops Magda Resort geversichtet. Und die Halsabschneider haben einen Störsender in die Umlaufbahn von Magda Resort geschleppt. Soll ich ihn ausschalten? Genauestens! Er hat diskonfrapoliert die jährliche Galaktik Gladiators Übertragung. Sieh dir das an! Sind sie stark genug, mutig genug, verrückt genug, um mit zwei der wildesten Kämpfer der Galaxien in den Ring zu treten? Wenn sie mit Ja antworten, sind sie ein verdammter Lügner! Aber das macht nichts, denn Megacop bringt die Galaktik Gladiators exklusiv als Megafew-Ereignis in ihr Zuhause. Zuerst geht's ums Überleben des Stärkeren in unserem Bio-Wettkampf. Seien sie dabei, wenn die Kettensäge, die Kettensäge gegen unsere Gastgladiatoren antritt. Die Kettensäge ist seit 500 Kämpfen ungeschlagen. Wenn der Wettkampf zwischen Lebensformen nicht nach ihrem Geschmack ist, werden sie unsere Roboter nicht enttäuschen. Seien sie dabei, wenn sich die Kandidaten unserem vierarmigen Banditen stellen, dem B2-Brüller! Brüller! Mit dieser Maschine kann es kein Lebewesen aufnehmen. Sechs Tonnen Carbonox-Legierung gehen auf die Jagd. Und es gibt keinen Trostpreis, denn dieser Killer kennt keine Gnade. Also worauf warten Sie noch? Rufen Sie jetzt an und holen Sie sich die Kettensäge und den B2-Brüller in Ihr Wohnzimmer. Aber räumen Sie vorher das gute Geschirr aus dem Weg. Die Galaktik Gladiators gibt's nur beim Megafew. Rufen Sie jetzt an! Das Feier hier mal. Kettensäge, ne? Diese Trailer hier. Diese Filmsequenzen, diese Werbungen, die sind echt geil gemacht, muss ich sagen. Der Feier ist echt. Und so ein Gladiator-Kampf, sehr gut. Und so ein Gladiator-Kampf gab's auch bei Ratchet & Clank A Crack in Time. Irgendwie so zehn Runden überleben und dann kommt noch ein Endgegner und wenn man das schafft, bekommt man dann eine Trophäe oder aber auch eine Verbesserung der Waffen zum Beispiel. Das find ich richtig geil. So, der Teleporter zurück zum Schiff. Achso, das war das Fragezeichen. Vielleicht fliegen wir da jetzt in die Nähe hin. Ah, ich war ein. So, das andere Fragezeichen soll hier ja sein. Das andere Fragezeichen ist, glaube ich, hier, ne? Wenn wir hier lang gehen. Oder eher hier, falls wir hier lang gehen können. Nein, da oben kommen wir nicht hin. Da kommen wir wahrscheinlich wieder raus später. Das heißt, wir gehen hier mal runter jetzt. Hier waren wir aber noch nicht, glaube ich. Und dann müsste es... Dann würden wir jetzt hier lang gehen. Genau, hier waren wir noch nicht. Dann könnten wir vielleicht da hin und wir müssen hier wahrscheinlich noch was auf dem Planeten erledigen. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die magnetischen Stiefel bekommen. Und wir sind fast nächste Stufe. Bin ich mal gespannt, ob ich dann mehr Munition habe. Also die Kapazität besser wird oder die Stärke oder was weiß ich alles. Oh, die ist bald alle hier. Nur noch ein paar Schuss, verdammt. Oder eben schneller nachladen, obwohl das eigentlich... Man lebt ja hier gar nicht nach. Komm schon. Ich brauche wieder Munition. Ja! Ah, Wurfsterne habe ich bekommen. Auch gut. Na gut, dann nehme ich jetzt die Wurfsterne. Miau, miau. Ach du heilige Wurst. Ich soll auf diese Dinger da raufspringen. Bin mir nicht sicher. Das könnte aber ziemlich schwer werden. Die kann ich also nicht anvisieren. Ich muss irgendwie da raufspringen. Einen Tag habe ich auch noch nicht. Bekomme ich auch noch demnächst. Ich könnte ja mit Sicherheit, wenn ich Clank hätte, rüber schweben quasi. Das heißt, ich muss warten, bis ich Clank habe, oder? Ich komme ja nicht so rüber. Oder geht das? Doch, es geht. Nein! 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 Verdammt, jetzt bin ich tot. Ich starte wieder von hier. Ja, die Kontrollpunkte, die sind manchmal ein bisschen nervig. Waren sie auch im ersten Teil. Und die Munition, das Geile ist aber, die Bolts bleiben erhalten. Die Munition, na gut, das ist das Schlechte, dass die Munition dann auch quasi nicht erneuert wird. Aber dafür hat man die Bolts noch. Und das heißt, man kann hier, wenn man zum Beispiel eine Quelle hat, wo ganz viele Gegner sind und man viel Bolt bekommt, kann man sich einfach sterben lassen. Und die jedes Mal hier die Gegner bekämpfen. Oder wenn man leveln will. Weißt du, das reine Leveln. Ich hoffe, hier gibt es dann auch bald, einfach aus dem Leveln her. Aus dem Grund, dass es so ein Item gibt, wo man einfach in den Shop gehen könnte. Aha, jetzt ist es auf einmal hier die. So, jetzt hier rauf. Zack. Gib Gummi! Loch Nesto. Die sind auf jeden Fall ziemlich hübsch, die Dinger hier. Würde ich heiraten? Wenn ich nicht mit einem Schwein verheiratet wäre. So, bam, bam. Sehr geil, jetzt haben wir wieder Munition bekommen. Jetzt ist uns nichts im Wege, um aufzuleveln. Oh, oh. Eine fleischfressende Pflanze. Ich glaube, wir müssen die irgendwie eliminieren. Oder wir müssen, ja, oder wir müssen drausspringen und dann ganz schnell rüber auf die andere Plattform gehen. Hier drüben sind auch noch ganz viele. Ich glaube, die nächste Waffe kostete 15.000 Bolts. Das ist viel. Huah! Huah! Ah! Oh nein. Nochmal solche Stellen hier. Her damit. Bam, 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 bam. Ach, und unter den Bolts sehen wir auch, wie viel die jetzigen gebracht haben. Die werden am Ende dazugefügt. 87 ungefähr solche Blöcke. Zacki, zacki, zacki. Huah! 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 Und zack. Wunderbar. Komm schon. Ich bin da. Jetzt, ich gucke mal kurz. Ja, ich bin in der Nähe des Fragezeichen. Wunderbar. Wieder Munition bekommen. Das ist ja richtig genial. Und hier könnten wir, oder müssten wir nachher wieder vielleicht zurückgehen? Das würde ich ungeil finden, wenn wir zurückgehen müssten. Wäre doch geiler, wenn wir gleich irgendwie von der Stelle zum Schiff springen könnten. Ja! Huah! Immer noch 10 Schuss leider nur. War kein, ähm, keine Munition dafür da. Schade. Gib Gummy! Ich weiß nicht, ob Dr. Loboto sich als Gegner hier enttarnen wird. Und das ist noch relativ einfach. Sagte ich und starb wahrscheinlich gleich. Huah! Einmal bin ich gestorben, das war aber dämlich. Da war ich wieder ungeduldig. Man muss hier sehr viel Geduld teilweise aufbringen. Ich glaube, wenn sie sich geschlossen haben, braucht das erstmal so ein paar Sekunden, bis sie dann wieder den Mund aufmachen. Und wir sind da! Was bekommen wir? Willkommen, willkommen! Wenn jeder einen Platz gefunden hat, können wir mit der heutigen Vorführung beginnen. Zunächst bräuchte ich einen Freiwilligen. Wer meldet sich? Sehr gut. Wie heißen Sie, Sir? Ratchet. Hey! Da sehen Sie ihn! Den Megacorptraktorstrahl in Aktion! Applaus für unseren Freiwilligen! Sir, warum nutzen Sie nicht unser spezielles Showangebot? 1000 Bolz, das ist ja noch relativ human. Natürlich kaufe ich den. Ich bin den Weg da jetzt nicht umsonst gegangen. Und wir brauchen den höchstwahrscheinlich für den weiteren Spielverlauf. Das heißt, immer alles kaufen am besten. Der Traktorstrahl kann kleine und mittelgroße Gegenstände bewegen. Vor der Sprecherin habe ich allerdings irgendwie Angst, weil die komisch redet. Drücke die Kreistaste, um diese Objekte zu bewegen und so über die Klippe zu gelangen. Das ist ja geil. Okay, über die Klippe. Das ist wahrscheinlich die hier, äh, die Klippe gemeint. Achso, ich muss wieder loslassen. Zack, bleib. Da steh ihn, bitte! Das hier hin. Boah, Alter. Das ist Neuland für mich. So, ich spring mal hier rauf. Wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Tschüss, mein Freund. Danke für die Vorführung. Das mache ich. Die sind hier so ein bisschen krank, wie ich finde. So geistig irgendwie, äh, weiß nicht. Entfernt, sage ich mal dazu. Kann ich hiermit auch irgendwie das manipulieren? Achso. Hier kann ich die Brücke runterlassen. Jetzt kann ich immer hier lang gehen. Das finde ich auch cool. Wäre nämlich scheiße. Oder hier ist mit Sicherheit noch ein Bolt versteckt. Ein Goldbolt. Wäre doch blöd, wenn ich jetzt noch einmal, ähm, rumgehen müsste, wenn... Ach, da oben. Das ist so ein Silberbolt. Nehmen wir wahrscheinlich keinen Gold oder Platin-Bold. Weiß ich nicht. Den kann ich doch gleich mal holen hier. Wenn ich den jetzt gerade so sehe, habe ich gleich den ersten eingesammelt. Machen wir doch. Machen wir doch gleich. Das ist gerützt. Ich hoffe, da brauchen wir jetzt keinen, ähm, Jetpack, um da hochzukommen. Sondern, dass wir da einfach, äh, normal hochspringen könnten. Ne, kommen wir auch normal rauf. Wunderbar. Da haben wir gleich unseren ersten eingesammelt. Ich glaube, im ersten Teil, da hat's, äh, so seine Level-Geräusche. Gebraucht, dass ich da mal einen eingesammelt hatte. Platin-Bolds sind das hier sogar. Keine Gold-Bolds mehr. Das sind Platin-Bolds. Aber ich habe mal gespannt, was, ähm, was im dritten Teil, was es im dritten Teil gibt. Vielleicht, ähm, Titan-Bolds oder so. Weiß ich nicht. Muss ja irgendwie eine Steigerung dann noch geben. Dum, 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 dum. So. Einmal raufspringen. Einmal rüberspringen. Dann sind wir wieder an der Stelle. Bam. Bisher sieht's noch relativ easy aus. Und ich will jetzt endlich hier mal upgraden. Es dauert aber noch. 3.000 haben wir. Hm, naja, gut. Munition kaufe ich nicht, weil es ist eigentlich immer überall genügend Munition verstreut. Ab zum Raumschiff. Wir haben hier alles erledigt. So hat es den Anschein. Ab in zum Schiff. Und am Ende können wir immer zu jedem Planeten reisen, falls wir noch irgendwas vergessen haben. Falls wir noch ein paar. Aber so, mega Korbmarkt. Oh, äh, oh, klar. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir, ich habe die Sumpfruine erkundet, den Traktorstrahl gekauft, den Eingang des Ladens gefunden und alles untersucht. Wir haben einen von zwei Platinballs hier. Wir können den Film nochmal abspielen. Also viele Tätigkeiten, die wir hier machen können. Aber insgesamt haben wir das abgeschlossen. Oh, hier haben wir jetzt auch die Galaxie, wo die einzelnen Planeten drauf sind. Und wir haben ja den Tipp bekommen, äh, Magda Resort. Da sollen wir jetzt hingehen. Gewinne den Arena-Kampf. Genau. Oh, alter, gleich schon am Anfang. Ich weiß nicht, ob wir den machen können. Weil wir haben ja so gut wie, äh, kaum Waffen. Aber wir starten hier schon mal richtig heftig ins Spiel. Ganz anderer Kontrast zu, ähm, dem ersten Teil. Da haben wir alles langsam angefangen. Inzwischen. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich sagte... Oh, jetzt müssen wir wahrscheinlich bald auch noch den Clank retten. Der Arme. Seine Nebula sind wir jetzt. Äh, Wupash Nebula sind wir jetzt. Oh, geil. Okay, drücke Ohr. Das hier sind Raketen. Turbo aktivieren. Ausweichen. Und die normale Pistole. Bam, 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 bam. Ist ja cool. Hur. Ah. Raumschiffe. Verdammt. Feindliche Raumschiffe. Dieser Tipp, der nervt da oben. Kann ich hier nicht irgendwie wegblenden? Ah. So, feindliche Schiffe 18. Welle 1. Ratarium, äh, Ratarium erhalten. Noch 15 Schiffe. Wir werden hier auch gleich total belagert. Stürb. Bam. Bamm. Finde ich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem Planetenwechsel kommt. Oder ob das nur einmal kommt. Also, wenn du dann nochmal auf den Planeten gehst, dass, dass die dann schon besiegt sind. Ich glaube, wir sind schon fast K.O. 4 Schiffe sind es noch. Welle 1. Ich hoffe nicht, dass noch eine Welle kommt. Alter, das wäre ja übertrieben. Wo habe ich denn nochmal die... Auf oben muss ich doch die Raketen abfeuern. Aber ich habe, glaube ich, gerade keine. Ach, ne. 0 von 10. So. Der letzte müsste hier sein. Der Schör mal hier ein bisschen. Alter, der ist die ganze Zeit hinter mir. Beziehungsweise sie sind die ganze Zeit hinter mir. Oh, ich bin tot, Alter. Ich habe verloren. Ich habe noch nie so einen Raumkampf gemacht hier bei Ratchet & Clank. So, weg. Oh, geil. Wir müssen also die Meteoriten zerstören, um auch an die Raketen zu kommen. Verdammt. Komm schon, wir sehen an. Sehr schön. Der wurde von der Rakete total dezimiert. Aber die sind ziemlich schnell, die Gegner. So, umdrehen. Der müsste direkt hinter mir wieder sein. Wie immer. Bam. Und bam. Und. Bam. Ein Schildteil erhalten. Sehr gut. Die haben aber wieder einen kleinen Schaden bekommen. Haben noch sechs Raketen. Aber die sind so nah bei mir dran, dass ich da quasi die Raketen gar nicht zum Einsatz bringen kann. Jetzt aber. Bam. Geil. Gut, noch fünf Schiffe müssen wir zerstören. Da oben. Bam. Und jetzt noch einen. Vier noch. Aber einer wird mir angezeigt oben. Hier in der Nähe sollte einer gleich kommen. Ja. Ah, verdammt. Die sind super schnell. Vielleicht sollte ich den Turbo ab und zu auch mal benutzen. Bam, bam. Und jetzt. Jetzt wirklich nur noch einer. Den werde ich mit einer Rakete plätten. Bam. So. Ein Schildteil erhalten. Feindliche Schiffe. 20 Welle 1. Boah. Welle 2. Also jetzt. Ist ja heftig hier. Ich halte jetzt einfach mal X gedrückt. Und man sieht schon. Einfach gedrückt halten und ein bisschen drehen. Dann könnte ich den einen oder anderen einfach ausschalten. Bam. Bam. 15 noch da oben. Kommt schon. Ja. Und 14. Und. Du kannst mich nicht verwirren. Und wieder umdrehen. Hier sind ja die Haupt. Die sind ja immer hinter mir, diese Teile. Die sind ganz hinterlistige Ninja-Raumschiffe. So. Bam. Sehr schön. Der ist erst mal schon in den Tod geflogen. Boah. Alter. Die haben aber hier gerade. Komm schon. Raketen. Schade. Ich bekomme gerade noch keine Raketen. Die bräuchte ich aber jetzt wirklich sehr, sehr dringend. Na komm schon. Bleib stehen. Sehr schön. Zwei Schiffe noch. Und. Bam. Sehr schön. Und der letzte. Der ist direkt vor mir. Und. Bam. Genau. Weiter. Zum Planeten. Ist das hier die Sonne? Warte mal. Wo ist denn der Planet? Achso. Er geht automatisch hin. Das ist der Planet. Und die Sonne wäre glaube ich etwas komisch. Das würde wahrscheinlich nicht so den Sinn ergeben. So. Wir sind jetzt auf dem nächsten Planeten. Auf dem Planeten Magda Nebula. Hier gibt es auch den Arena Kampf. Das wird. Das wird richtig cool. Ich hoffe den kann ich jetzt schon. Den kann ich jetzt schon beitreten. Allerdings. Ohne wirkliche Waffen wird es vielleicht schwierig. So. Mit der Rida wäre natürlich was anderes. Ob es hier auch die Disco Kugel gibt. Würde mich interessieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und. Ob es hier vielleicht noch. Ne. Ich glaube die Rüstungs. Nanotech. Gesundheit und alles mögliche. Die braucht man gar nicht mehr kaufen. Das wird sich automatisch freischalten. Umso mehr Gegner man besiegt. Auf deren Art. Ähm. Ja. Wir haben noch 10 Munition damit. Und im nächsten Part werden wir hier dann alles erkunden. Auf dem neuen Planeten. Wo wir den Arena Kampf machen werden. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.